Guten Abend auch von mir. Schön euch zu sehen. Guten Abend auch alle, die zu Hause sind und zugucken. Ja, zweites Buch Mose Kapitel 15. Wir haben das Lied des Mose gelesen und ja, nicht nur das Lied des Mose, auch Israel singt dieses Lied, auch Miriam mit ihren Schwestern, alle Frauen, sie singen, sie tanzen. Und das ist gut, Gott lobt zu singen, die Stimme, die Gott uns gegeben hat, dazu zu gebrauchen. Gott zu erheben, Gott zu preisen, Gott die Ehre zu geben. Von seinen Wundern zu singen, zu sagen, von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit, von seinem Erbarmen, von seinem, von seiner wunderbaren Rettung, von dem Heil, von der Heilung. Und da gibt es so viele Lieder von zu singen, dass David sagt, sing dem Herrn ein neues Lied. Es ist das neue Lied, was wir singen, was nie alt wird, weil es immer wieder was Neues dazu zu singen gibt. Eine neue Strophe, ein Buch, dem ein neues Kapitel hinzugefügt wird. Immer wieder neu können wir das Lob Gottes singen, können wir Gott loben und preisen. Jeden neuen Tag. Der heutige Tag geht so langsam zu Ende. Aber morgen kommt wieder ein Tag. Meint ihr, Gott wird sich morgen irgendwo versteckt halten? Er wird Corona-Ferien machen und sich irgendwo einschließen. Nein, Gott ist unterwegs. Er ist da. Sein Geist wirkt in dieser Welt, in dieser Zeit und ist an der Arbeit. Und so wird auch morgen ein Tag sein, wo wir was mit Gott erleben können. Wo wir Gottes Gnade, Gottes Güte kennenlernen, noch mehr kennenlernen können. Wo wir sein Wesen, sein Charakter noch mehr kennenlernen können. Und das ist das, was Israel hier erlebt. Sie haben ja lange, viele, viele Jahre in der Sklaverei in Ägypten gelebt. Und wir wissen nicht viel über diese Zeit. Wie nah dran sie waren an Gott. Wie sie Gott erfahren und erlebt haben. Aber hier jetzt diese Geschichte, wie sie ausziehen und wie sie dann durch die Wüste ziehen und ins neue Land aufbrechen. Da wird uns ganz genau berichtet. Da werden uns diese Situationen erzählt. Es ist plötzlich ein ganz neues Leben. Nicht mehr in den ungerechten Strukturen eingepresst. Nicht mehr ausgesaugt und versklavt, sondern ein freier Mensch unter der Herrschaft Gottes. Nicht mehr sesshaft, nicht mehr an einem Ort, sondern im Aufbruch unterwegs. Das, was Abraham eigentlich ausgezeichnet hat, seine Familie, sie waren Nomaden. Und Gott hat sich diese Nomaden berufen, weil ihr Lebensstil eigentlich richtig war. So sagt es der Hebräerbrief später. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So erklärt der Schreibe des Hebräerbriefs in Kapitel 11, wie Gott diesen Lebensstil Abrahams ja in tiefer Weise eigentlich zu schätzen wusste. Fremdlinge in dieser Welt. Und so hat Gott sein Volk befreit aus der Sklaverei in Ägypten und hat sie berufen, hat sie rufen, ein wanderndes Volk zu werden. Sie sollen sich auf den Weg machen. Sie sollen aufbrechen. Sie sollen losziehen. Aber nicht einfach ins Ungewisse, sondern Gott ist mit ihnen. Gott geht ihnen voran. Er ist ihr Hirte. Er ist ihr Hüter. Die Wolkensäule. Sie wich nicht vom Volk Israel, bis sie ins neue Land kamen. Die ganze Zeit über, wo sie durch diesen Weg gegangen sind. Und das sind jetzt eigentlich dann diese ganzen Kapitel im zweiten Buch Mose, dritten Buch Mose, vierten Buch Mose, fünften Buch Mose. Es ist die ganze Zeit der Wanderung zum neuen Land hin. Erst im Buch Joshua werden sie ins neue Land einziehen. Diese Existenz als wanderndes Volk. Ein Volk, was auf dem Weg ist. Und so sehen wir doch Jesus auch, oder? Unterwegs. Und was macht Jesus, als er seine Jünger ruft, als er seine Jünger um sich schart? Er sagt, komm, folge mir nach. Mach dich auf den Weg. Komm mit mir. Geh. Geh diesen Weg. Wir haben es gesungen. Jesus sei mein Weg. Die Menschen, die Gott angefangen haben kennenzulernen, die erlebt haben, dass Gott sie gerettet hat, haben ihr Leben ganz neu begriffen, als die Existenz eines Weges unterwegs zu sein. Da, wo wir herkommen, da waren wir gefangen. Unbeweglich. Da war keine Bewegung möglich. Da war kein Ziel. So viele Menschen, die ziellos ihr Leben leben, die gefangen sind in der Sünde oder nicht rauskommen. Die eingepfercht sind zwischen Geburt und Tod und nicht darüber hinaus sehen können. Nicht sehen können, dass es einen Gott gibt, der schon lange sie im Sinn hatte. Der sie schon gesehen und geliebt hat, bevor sie überhaupt da waren und dessen Liebe über den Tod hinaus geht. Eingepfercht in dieses Leben zwischen Geburt und Tod. Ohne Ziel. Immer wieder sich im Kreise drehend. Gott erlöst sein Volk Israel und bringt sie auf einen Weg. Er sagt schon, ich habe was vor. Da gibt es ein Land, da sollt ihr hinziehen. Und jetzt geht es auf den Weg. Wir haben das schon gesehen, bevor sie zum Schilfmeer gekommen sind, wie Gott sie geführt hat, wie ein guter Hirte. Und jetzt geht es weiter. Nachdem sie durch das Meer hindurchgegangen sind, führt Gott sein Volk weiter. Und jetzt lesen wir in Kapitel 15, Vers 22, Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Also hier ist nicht das Land. Du bist errettet, du bist erlöst. Aber das ist noch nicht der Punkt, wo Gott dich haben will. Gott will dich weiterführen. Das ist erst der Anfang deines Weges. Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Ich musste an eine andere Situation denken, wo einer in die Wüste geführt wurde. Es ist der Sohn Gottes selbst. In Matthäus 4, Vers 1 heißt es, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte er ihn schließlich. Jesus wird in die Wüste geführt. Was war davor gewesen? Seine Taufe. Lass uns mal 1. Korinther 10 aufschlagen dazu. 1. Korinther 10 wird uns von Paulus ein ganz wichtiger hermeneutischer, also auslegungstechnischer Schlüssel gegeben, wie wir diese Geschichten des Alten Testamentes lesen sollen. Gottes Geist hat Paulus hier Weisheit gegeben, die Geschichten des Alten Testamentes und ganz besonders die Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten zu lesen, zu verstehen, zu deuten, anzuwenden auf unser eigenes Leben. 1. Korinther 10, Vers 1 Ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder. Das ist so ein typischer Ausdruck von Paulus, wo er uns etwas mitteilen will, was ja, ein Wissen, eine Erkenntnis. Wenn Paulus von den Gaben des Geistes spricht, spricht er von dem Wort der Erkenntnis. Das ist hier ein Wort der Erkenntnis. Ihr habt diese Erkenntnis noch nicht. Ihr wisst das vielleicht noch nicht. Aber ich möchte, oder nicht nur ich, sondern Gott möchte nicht, dass ihr unwissend bleibt. Wir sind doch Gottes Freunde. So will Gott uns, will sich uns mitteilen, will uns, ja, mit uns auch sein Wissen teilen. Ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Die Wolke kam schon vor dem Meer. Es war die Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Sie sind hinausgezogen aus der Sklaverei aus Ägypten nach der letzten Plage, nach dem Passafest, nachdem das Passalam geschlachtet wurde, sie bewahrt wurden vor der letzten Plage, sind sie losgezogen. Und die Gegenwart Gottes war bei ihnen. Vor ihnen ging sie her, die Wolkensäule. Sie waren alle unter dieser Wolke. Und sie gingen alle durch das Meer, das ganze Volk Israel. Keiner wurde zurückgelassen. Keiner ist auf der Strecke geblieben. Alle sind sie mitgekommen. Und alle wurden in der Wolke und dem Meer auf Mose getauft. Und das ist jetzt ein interessanter Link, den Paulus hier macht. Also, dieser Weg durch das Meer, das war ihre Taufe. Inwiefern? Paulus sagt an anderer Stelle, die Taufe bedeutet für uns als Christen, bedeutet es, dass wir eins werden mit Christus, der gestorben ist, für uns, für unsere Sünden gestorben ist. Und wir, die wir uns eins machen, die wir ihm nachfolgen, die wir uns taufen lassen, wir werden eins mit ihm darin, dass wir auch sterben. Unser altes Leben stirbt. Unsere alte Sklavenexistenz stirbt. Und ja, es bedeutet erstmal eine große Angst, an dieses Wasser heranzugehen, weil ich nicht weiß, wie soll ich denn aus diesem Tod herausgerettet werden. Der Pharao kommt mit seiner Macht und versucht, mich festzuhalten. Er versucht, mich davon abzubringen, den Weg mit Gott zu gehen, unter der Wolkensäule weiterzuziehen. Er will mich wieder zurückziehen in den alten Herrschaftsbereich. Er will mich wieder unter seine Kandarre nehmen. Das Volk Israel ist tausend Tode gestorben. Als Pharao gekommen ist, wie man so sprüchwörtlich sagt. Und dann kam der Wind, der Wind Gottes, der das Meer zur Seite gepustet hat, der den Weg freigemacht hat. Und sie sind wahrscheinlich mit Zittern und Zagen hindurchgelaufen. Mose hat gesagt, geht da jetzt hindurch. Und sie so, was soll der wirklich? Denn das, was dann später gekommen ist, nämlich, dass das Meer zurückgekommen ist und die ganzen Ägypter hinweggeschwemmt hat, ersoffen hat, das hätte ja auch vorher passieren können. Wenn plötzlich der Wind nachgelassen hätte. Das hat sich so sicherlich der ein oder andere gedacht. Klar, hinter sich den Pharao im Nacken zu haben und jetzt den Weg frei zu haben, okay, das ist dann, das ist auf jeden Fall ein Argument. Also ziehen wir da durch. Aber diese ganze Situation, es war so existenziell bedrohlich für die Israeliten. Sie sind hindurchgezogen und es war ihr Tod. Es war der Tod ihrer Sklavenexistenz. Und Gott hat es dadurch besiegelt, dass er ihre Herren ertränkt hat. Er hat nicht nur sie herausgeholt aus der Sklaverei, nein, er hat ihre Meister, ihre Herren umgebracht, sodass sie nicht sie wieder in ihre Gewalt bekommen konnten. So beschreibt Paulus das, was in der Taufe wir ausdrücken. Wenn wir uns taufen lassen, dann ist es genau das. Ich bin gestorben. Paulus sagt, ich lebe jetzt nicht mehr. Mein altes Leben ist vorbei. Meine Sünderexistenz ist vorbei. Ich lebe jetzt nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Jesus ist jetzt meine Existenz. Das ist meine neue Existenz, diese freie Existenz des freien Menschen, der umherzieht. Ich folge meinem Meister nach. Israel folgt dieser Wolkensäule nach, die scheinbar so wahllos, so frei umherzieht, so planlos. Sie haben keinen Plan. Sie wissen nicht, wo es lang geht. Sie sollen der Säule folgen. Und sie folgen der Säule. hierhin und dorthin. Also es war ihre Taufe, sagt Paulus. Wir werden auch wieder auf diese Verse zurückkommen, in 1. Korinther 10, vielleicht heute sogar schon nochmal. Wichtig ist das, was ich zu Jesus gesagt habe, Matthäus 4, wenn wir ihn sehen nach seiner Taufe. Was passiert nach seiner Taufe? Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Es kam eine Zeit des Hungers auf ihn zu. Eine Zeit in der Öde, in der Einsamkeit. Eine Zeit der Prüfungen. Es war nicht so, dass Jesus getauft wurde und dann erstmal eine große Fete gefeiert hat. Die kamen dann hinterher. Die Hochzeit zu Kana. Aber bevor es zur Hochzeit zu Kana ging, wo Jesus sein erstes Wunder getan hat, wo er Wasser in Wein verwandelt hat, ging es erstmal in die Wüste. Der Sohn Gottes wurde geprüft. Warum? Weil Gott ihm misstraut hat. Weil Gott wissen wollte, ob er wirklich rein ist und ohne Sünde. Nein, Gott weiß, was in unseren Herzen ist. Wenn Gott uns prüft, dann macht er das nicht, um herauszufinden, ob wir auch brav sind. Ob wir unsere Lektion auch gut gelernt haben. Gottes Prüfungen sind dazu da, um das offenbar zu machen, was in uns ist. Und so ist auch diese Prüfung. Gott weiß, Gott weiß, was in seinem Sohn ist. Und er möchte, dass es offenbar wird, dass er der Sieger ist über den Teufel. Über alle Versuchungen zur Sünde hin. Er ist der Sieger. Und selbst in seiner größten Schwachheit, wo er gehungert hat, war er nicht zu überwinden vom Teufel. Wir werden auf diese erste Versuchung nochmal zurückkommen in der nächsten Woche, wenn es um das Manna geht, das Brot. Denn in der Geschichte von Jesus geht es um den Hunger. Aber hier in dieser Geschichte heute geht es um den Durst und um bitteres Wasser. Aber der ganze Zusammenhang ist sozusagen diese Prüfung nach der Taufe. Dieses Wandeln in der Gemeinschaft mit Gott und jetzt ihm zu vertrauen, mit ihm auch durch diese Wüsten hindurchzuziehen, auch durch den Mangel hindurchzugehen und da nicht alles hinzuschmeißen, nur weil es schwer wird, sondern immer zu sagen, egal, durch was ich auch hindurchgehe, mit Gott, unterwegs zu sein, ist immer besser, als in Ägypten Sklave zu sein. Ja, lass uns dann in 2. Mose 15 zurückkehren. Hier 2. Mose 15 Vers 22. Mose ließ Israel vom Schiffmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Das ist natürlich eine große, große bedrohliche Situation. ein großes Volk und kein Wasser. Wasserversorgung. Wir machen einfach einen Wasserhahn auf. Da läuft das Wasser. Der Wasserkreislauf läuft. Wir haben ein gutes Klärwerk, dass die Abwässer werden gereinigt und so weiter und so weiter und so weiter. Wir nehmen das für selbstverständlich, dass wir ständig und immer klares, gutes Trinkwasser zur Verfügung haben. Ja, wir benutzen das Trinkwasser sogar für Dinge. Dieses saubere Trinkwasser benutzen wir für unsere Klospülung. Das ist doch Wahnsinn, oder? Was sind wir für reiche Pinkel? Dass wir uns so einen Luxus leisten. Reiche Pinkel, genau. Das ist doch krass, oder? Ja, wir nehmen es aber für selbstverständlich. Gut, in den letzten Jahren, ich denke, ich weiß nicht, der eine oder andere, ich weiß, meine Frau, die sagt, ja, das beschäftigt mich. Ich bete für Wasser. Bete für Regen. Regenfälle lassen nach. Trockenheiten nehmen zu bei uns in Deutschland. und wir merken plötzlich, ja, so ganz selbstverständlich ist das doch nicht so mit dem Wasser. Und andere Menschen auf dieser Erde, die kennen das. Die kennen das. Die haben da einen ganz anderen Bezug zum Wasser. Sie suchen nach Wasser und finden nichts. Wasser ist so lebensnotwendig, wenn du nicht trinkst. Drei Tage? Dann ist schon Feierabend bald. Klar kann man Feuchtigkeit auch durch andere Dinge aufnehmen, aber wenn du keine Wasserzufuhr hast, unser Körper ist darauf angewiesen. Und Gott hat ja Wasser in reichlicher Fülle auf diesen Planeten gepackt, damit wir auch immer gut versorgt sind. Aber wir müssen an der Quelle bleiben. Versteht ihr? Wir brauchen die Quelle. Noch heftiger ist es mit dem Atem. Wir brauchen die Luft zum Atmen. Wir brauchen diesen Hauch, den Geist, damit wir überhaupt leben können. Ständig. Aber wir brauchen auch dieses sprudelnde Wasser. brauchen. Wir müssen nahe bei der Quelle bleiben. Nahe bei der Quelle. Sonst, wenn wir uns zu weit entfernen von der Quelle, kann es sein, dass wir zu spät wieder zurückkommen und auf dem Weg verdursten. Sie sind also unterwegs, unter der Wolke und sie finden kein Wasser. Was heißt das jetzt? Gott hat sie in eine Gegend geführt, wo sie schon durstig sind und wo sie anfangen, Wasser zu suchen und sie finden keins. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Was für eine Enttäuschung. Hurra, wir haben Wasser gefunden. Ich kann mir das so vorstellen, so bildlich, wie die kleinen Kinder rumgesprungen sind und gelaufen sind und gesagt haben, Hurra, wir haben jetzt Wasser gefunden. und dann sagt, stopp, 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 das können wir nicht trinken, das ist giftig, das kannst du nicht trinken. Was für eine Enttäuschung. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Das bedeutet Bitter oder Bitterkeit. Und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Wenn ich das Wort murren höre, dann denke ich meistens eher an so dieses deutsche Gemecker über irgendwelche Kleinigkeiten. Aber das ist hier schon existenzielles Murren, wenn du so willst. Aufbegehren. Aufbegehren gegen den Führer, gegen den Anführer, gegen den, den Gott gesandt hat, um sie hinauszuführen aus Ägypten, sie auch ins neue Land zu führen. Gegen diesen Anführer murren sie. Und sie haben doch recht, oder? Sie haben doch recht, zu sagen, was sollen wir den jetzt trinken, Mose? Jetzt seh mal zu, dass du hier mal einen Lösungsplan vorlegst. Du hast uns diese Suppe eingebrockt, jetzt aber mal los. Das ist nicht das erste Mal, das ist auch nicht das letzte Mal. Immer und immer und immer wieder murren sie. Was sie hier auch nicht machen und was eben zeigt, dass sie in vielem noch nicht reif sind. Sie rufen nicht einen Gebetstag aus. Sie suchen Gott nicht. Sie meckern an der Führung rum, wie so viele Deutsche gerade im Moment. Mose aber, er schrie zum Herrn. Mose schrie zum Herrn. Und der Herr zeigt ihm. Ist das nicht schön? Nicht wunderbar? Geschichte einer Gebetserhöhung. Klingt so, ist so kurz, so knapp hier formuliert, aber es ist nicht in der existenziellen Not. Die Leute sind am Verdursten. Du bist der verantwortliche Führer. Morgen werden die ersten Leute an Durst sterben. Du musst heute irgendwoher Wasser kriegen. da schrie er zum Herrn und der Herr zeigte ihm. Gott antwortete ihm. Gott liebt es, unsere Gebete zu erhören. Gott möchte so gerne, dass wir in diese enge Nähe mit ihm kommen. er möchte uns so gerne zeigen. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gebet ist das, was Jesus selber praktiziert hat, was er seine Jünger gelehrt hat. Unser täglich Brot gibt uns heute. Diese existenzielle Abhängigkeit von Gott im Gebet immer und immer wieder jeden Tag neu aufs Neue auszudrücken, auszusprechen, zu sagen, Gott, du bist mein Leben, ohne dich kann ich nicht. Herr, ich brauche dich, gib mir das, was meine Seele, was mein Körper braucht zum Leben. Ich kann es nicht, ich habe es nicht in mir selber. Ich finde kein Wasser, ich finde kein Wasser für mich, ich finde kein Wasser für meine Familie. Ich bin so leer, so trocken, so ausgelutscht. Herr, erbarme dich, führe mich neu, zeige mir neu die Quelle des lebendigen Wassers. das Interessante ist, dass der Herr ihm nicht eine lebendige Quelle zeigt, er zeigt ihm ein Stück Holz. Zeigt ihm ein Stück Holz. Schon krass. dieses Wort Holz wird im Hebräischen auch normalerweise benutzt, wenn von einem Baum die Rede ist. Das war sicherlich nicht ein Baum, den Gott ihm gezeigt hat, denn hier steht, er warf es ins Wasser, also er war sicherlich nicht so ein Schotte, der jetzt so einen Baumstamm reingeworfen hat. Vielleicht war es auch nicht so klein. Oder so, keine Ahnung. Es ist nicht eindeutig hier. Wie gesagt, das Wort kann auch Baum bedeuten oder wird oft auch als Baum benutzt. Es ist einfach ein Holz. Letztendlich hier ist ein Baumstamm eigentlich so ein Ast, der verholzt ist. Also diese Holzstrukturen bekommen hat im Laufe der Zeit. Und es kann eben, wie gesagt, auch ein größerer Ast gewesen sein. Gott zeigte ihm dieses Holz. Das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Irgendwas war an diesem Holz, was die diese vielleicht ist es irgendwelche höhere Chemie, ich habe keine Ahnung, ob die chemische Zusammensetzung dieses Wassers irgendwie so war, dass es einen anderen Stoff brauchte, um das aufzulösen. Keine Ahnung. Es wird uns hier nur ganz kurz und knapp dargestellt. Aber Gott erhört das Gebet, das Schreien seines Kindes, seines Freundes Mose. Er schreit zum Herrn, nicht zuallererst für sich, sondern für sich und die Seinen, für das Volk Gottes schreit er. Und Gott zeigt ihm, er zeigt ihm ein Stück Holz, das warf er ins Wasser, es scheint so unlogisch, es scheint so sinnlos zu sein. Was soll dieses Holz? Warum soll ich das da reinschmeißen? Was bringt das? Das Wasser wird süß. Das Wasser, was vorher bitter war. Das Holz hat es verändert irgendwie. Es gab immer Ausleger, die diese Geschichte auch auf dieses besondere Holz, diesen besonderen Baum bezogen hat und das auch nicht zu Unrecht. Wie gesagt, das hebräische Wort wird auch für Baum benutzt, wie zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 9 vom Baum des Lebens, der im Garten Eden stand. Etz. Es steht auch an anderer prominenter Stelle dieses Wort Baum, wo es wahrscheinlich gar nicht Baum meint, sondern eher einen Pfahl. Das ist in 5. Mose 21, Vers 23. Da geht es um einen zum Tode Verurteilten, der soll an ein Holz gehängt werden. Um deutlich zu machen, dass dieser sein Recht verwirkt hat, ehrenvoll bestattet zu werden. Nein, er wird aufgehängt als Zeichen, als Sinnbild. Er hängt zwischen Himmel und Erde, den Tieren, den Vögeln preisgegeben. Es ist Schmach, es ist Schande, aufgehängt am Baum, am Pfahl. und dann heißt es da in 5. Mose 21, Vers 23, wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. Und jetzt ist interessant, dass im Neuen Testament, wenn vom Kreuz die Rede ist, in seltenen Fällen das Wort Kreuz da steht, Sondern öfter das Wort Xylon, Holz, was auch Baum bedeuten kann, wobei im Neuen Testament eigentlich für Baum eher das Wort Dendron benutzt wird. Das kennst du von Rhododendron. Und dieses Wort Xylon, Holz, wird zum Beispiel benutzt in den ganzen Predigten der Apostel, Apostelgeschichte 5, Vers 30. Apostelgeschichte 5, Vers 30. Moment, wo ist es hier? Apostelgeschichte 5, Vers 30. Da ist es das Zeugnis der Apostel vor dem Hohen Rat. Sie sagen, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Apostelgeschichte 10, Vers 39, ein Stück weiter. Da sagt Petrus wieder, und wir sind Zeugen alles dessen, was er, Jesus, sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat, den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Kapitel 13, Vers 29. Da ist es Paulus in seiner Predigt. Da schreibt er in Vers 28, und ob schon sie keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie den Pilatus, dass Jesus umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Und Petrus sagt es auch in seinem Brief, 1. Petrus 2, Vers 24, es ist nicht nur Lukas, der das bezeugt, die Predigten von Petrus und Paulus, sondern Petrus selbst schreibt auch in seinem Brief, 1. Petrus 2, Vers 24, Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinauf getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Und Paulus erklärt uns jetzt den Zusammenhang in Galater 3, Vers 13. Nehmen wir hier auch wieder das Wort Holz aufgreift und die Verbindung schafft zu dem Vers in 5. Mose Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er selbst zum Fluch für uns geworden ist. Er hat sich an das Holz hängen lassen und wurde verflucht. So ist die Erinnerung an das Holz ist es für uns eine süße Erinnerung. Dieses Holz. Erste Korinther sagt uns, sagt Paulus uns, die Juden, den Juden ist der gekreuzigte Christus ein Ärgernis. Das passt nicht. Wir erwarten einen König, einen Christus, der mit Macht auftritt und der mit Macht die Macht Gottes durchsetzt. Gott aber hat entschieden, seinen Christus zuerst als leidenden Knecht zu senden, als leidenden Diener, der die Sünden der Welt auf sich nimmt, als Opferlamm, als Passalamm. Er hat sich entschieden, seinen Sohn, dass sein Sohn ans Holz gehängt wird, als Verfluchter, dass der Fluch, der über den Menschen steht, auf Jesus fällt. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft. Der Christus ist erst gekommen, zum ersten Mal gekommen, um uns zu retten von unserer Sünde, um uns herauszureißen aus der Sklaverei der Sünde, aus der Finsternis. Er wird zum zweiten Mal kommen, um mit Macht Gottes Reich aufzurichten. Aber er ist zuerst gekommen, damit wir Sünder nicht verloren gehen, sondern dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das war sein Plan. So ist das Holz hier. Das Wasser ist bitter. Du kannst es nicht trinken. Aber Gott zeigt Mose ein Holz. Was soll dieses Holz? Was soll dieses Kreuz? Was soll dieser Mann am Kreuz? Dieser zum Tode verurteilte. Ja, er ist ein Justizirrtum. Tragisch. Aber warum sollten wir diesem Tod noch 2000 Jahre später gedenken? Aus welchem Grund? Ja, so ungerecht ist die Welt. Ja, und Jesus, er war ein Gerechter. Er ist für die gute Sache gestorben. Aber er hat am Ende nichts bewirkt. Er wurde hingemetzelt, hingerichtet, geschlachtet und dann entehrt in Schande ans Holz gehängt. Dieses Holz, das ist so wertlos. Du kannst es eigentlich nur wegschmeißen. Ja, und Gott sagt, schmeiß es weg. Schmeiß es ins Wasser. Und dann das Wunder, das Wasser wird süß. Es wird plötzlich alles anders. ins Grab gelegt, dann am Ostermorgen, die Frauen, sie kommen zum Grab, das Grab ist leer. Plötzlich ist alles anders. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Nach drei Tagen der Trockenheit, der vergeblichen Suche nach Wasser kommt der Glaube. Jesus sagt, das war aber der Geist, den er verheißen hatte, denen, die glauben sollten. Und in Johannes 20 steht, ja, Johannes, er kam zum Grab, er schaute und er glaubte. Und das ist so diese Initial Glaube, dieser Glaube, der so tief geht, dass er begreift, versteht, Jesus ist tatsächlich gestorben und er musste sterben. Für unsere Sünde, für meine Sünde. Er musste sterben am Kreuz, als Verfluchter ans Holz gehängt werden. Aber der Tod konnte ihn nicht halten, sondern er ist auferstanden. Das war der Glaube, der plötzlich entstanden ist und der Heilige Geist, das Wasser, die Quelle ist in ihn hineingekommen. Die Quelle, die lebendige Quelle, das Wasser ist süß. Es hat sich alles mit dem Holz verändert, alles mit dem Kreuz verändert. Mit Christus, dem Gekreuzigten, hat sich alles verändert. Das Wasser, das vorher bitter war, ist süß geworden. Die Religion, wisst ihr, das Christentum, Gott, die Kirche, ist doch alles bitter. Wenn du Jesus nicht kennst, bringt bringt doch alles nichts. Aber durch Jesus, durch das Kreuz, Jesus, der Gekreuzigte, für uns gestorben, auferstanden, dadurch wird alles süß. Du kannst es trinken, dein Durst wird gestillt, nur durch ihn, durch nichts anderes. Dort legte Gott Ordnung und Recht für das Volk fest. Und dort stellte er es auf die Probe und sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und du tust, was in seinen Augen Recht ist, seinen Geboten gehorcht und all seinen Ordnung hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Gott offenbart sich hier mit seinem neuen Namen. Jahwe Jireh, der Herr, der dich heilt. Der Herr, dein Arzt, so übersetzt es Luther. Ich bin der Herr, dein Arzt. Da könnten wir viel zu sagen. Aber wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es die Ordnungen Gottes sind, die Gebote Gottes, die die Israeliten vor Schaden, vor Krankheit bewahrt haben. Die Speisevorschriften, die uns manchmal so idiotisch erscheinen, so viele Dinge, die Gott seinem Volk auferlegt hat, Ordnungen, die am Ende heilbringend für sie waren. Den Sabbat, Ruhe zu halten, am siebten Tage Ruhe zu halten, wie gesundheitsfördernd ist das denn? Sehr. Gottes Ordnungen sind gut, sie fördern die Gesundheit bis in den Leib hinein. Sie fördern die Gesundheit deiner Seele. Deswegen ist es gut, wenn du darauf hörst, wenn du auf Gottes Stimme hörst und das dann auch tust, dem folgst, dann wird dir viel erspart bleiben, denen, die in Ägypten leben. Dann kamen sie nach Elim und jetzt ist die Prüfung vorbei. Jetzt kommen sie nach Elim. Jetzt kommen sie zur Oase. Die Oase, das ist doch sprichwörtlich. Wellness Oase. Die Wellness Oasen in Elim und dort waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmenbäume. Ein schöner Ort. Wunderbar. Herrlich. Und sie lagerten sich dort am Wasser. Ja, da will ich wohnen, da will ich lagern. Aber ich fand es interessant, in einer Auslegung zu lesen, dass hier kein Wunder geschehen ist. In Elim ist kein Wunder geschehen. In Mara ist ein großes Wunder geschehen. In Elim lesen wir nicht von Gebetserhöhung. In Mara lesen wir von wunderbarer Gebetserhöhung. In Elim hat Gott seinen Namen nicht weiter offenbart. Sein Charakter. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das hat er nicht in Elim offenbart, sondern in Mara. Ich fand es sehr bewegend, jetzt die Tage, wo wir meine Frau zwei Wochen lang bei ihren Eltern war, ihr Vater, der im Sterben lag und ihre beiden Brüder kamen auch dazu. Und die Familie ist eine atheistische Familie. Süster ist die einzige, die an Jesus glaubt. und wir haben aber viel gebetet, schon jahrelang, täglich, für Errettung, für Heil. Ja, wir haben auch ganz konkret darüber nachgedacht, wie sollen wir das machen, so auf die Ferne, wie sollen wir uns um unsere kranken alten Eltern kümmern, wie kann das alles werden. Und Gott hat ganz viel Gebetserhöhung geschenkt in diesen Tagen. Es ist leider nicht so gekommen, dass mein Schwiegervater sich irgendwie klar bekehrt hätte oder so, aber Gott hat ganz viel Gebetserhöhung geschenkt, ganz viel Gnade geschenkt in diesen Tagen und eine der ganz besonderen wichtigen Dinge war, dass diese Familie, die eigentlich auch so, ja, wo so vieles eigentlich kaputt ist aus ihrem Hintergrund, so viel ja, Verletzungen, die auch bis heute Nachwirkungen zeigen in der Familie, dass sie zusammengekommen sind und sich hingegeben haben und einander gedient haben und diesem kranken, sterbenden Menschen gedient haben und in dieser Hingabe ist ganz viel Liebe geflossen, ganz viel Nähe entstanden, ganz viel Miteinander, eine Nähe, eine Liebe, die nie so stark war, würde ich mal behaupten in dieser Familie oder zumindest ist es sehr, sehr, sehr lange her, dass die das so erlebt haben. Mara ist der Ort, wo Gott sich seinem Volk offenbart, in der Wüste, in der Zeit der Prüfung am bitteren Wasser, auf wunderbare Art und Weise, er schenkt seinem Volk ein Elim, einen Ort zum Ruhen, zum Lagern, aber der besondere Ort ist Mara, der besondere Ort ist das Kreuz, Geschwister, wo wir Gott wirklich kennenlernen, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit und deswegen hat Jesus uns das Abendmahl hinterlassen, Erinnerungsmahl, nicht an seine großen Taten, es ist kein Erinnerungsmahl an den Tag, wo er den Sturm gestillt hat, es ist nicht die Erinnerung an die Auferweckung des Lazarus, ja noch nicht mal die Speisung der 5000, es war auch bei der Speisung der 5000, er hat auch da das Brot genommen und es geteilt, aber es war ein Tag des Hungers, wo er den Hunger gestillt hat, aber er hat sich entschieden, das Passamahl zu nehmen und es neu einzusetzen und darauf zu verweisen, worum es eigentlich geht, das was uns heil bringt, ist sein Tod am Kreuz. Daran erinnert euch, gedenkt an mich, wie ich die größte Liebe euch gezeigt habe, indem ich mein Leben für euch gegeben habe. Jesus, danke für deinen Tod am Kreuz, für deine Liebe, für deine Hingabe. Danke, dass du uns Erlösung geschenkt hast, aus unserer Sklaverei und danke, dass du uns das hier auch heute nochmal wieder neu vor Augen führen willst, wie kostbar dieses Wasser ist, was wir empfangen durften, wie kostbar die Gemeinschaft mit dir ist, wie es nichts Besseres gibt, als mit dir unterwegs zu sein. Herren, so wollen wir dieses Mal nehmen als Stärkung auf dem Weg. Danke, dass wir es heute Abend wieder nehmen dürfen, in Erinnerung an dich, an das, was du für uns getan hast am Kreuz, wie du dich selbst zum Fluch gemacht hast, wo du doch der Segen in Person bist. Danke, dass du unseren Fluch auf dich gezogen hast, dass du der Verfluchte bist und nicht wir, wir sind die Gesegneten. Wir preisen dich und danken dir dafür und danken dir, dass wir das Mal nehmen können, dein Leib für uns gebrochen, dein Blut für uns vergossen. Wir preisen dich und danken dir, dass du dich uns selbst schenkst und dass wir dich im Mal so symbolisch einfach auch in uns aufnehmen und von dir gestärkt werden. Ja, segne das mal, wenn wir das jetzt nehmen. Amen.